einen wunderschönen guten abend wünsche ich dir meine liebe wunderschönen guten abend lass uns mal drüber sprechen was dich eigentlich in der irmgard anna bonde akademie erwartet hallo lieber ingo hallo liebe manuela schön dass ihr dabei seid wenn ihr mir mal ein herzlein gibt oder ein daumen hoch dass ich weiß dass ich gut zu sehen und zu hören bin bevor wir weitermachen das wird mich freuen oder schreibt mir einfach mal ins kommentarfeld rein ja alles gut oder einfach nur ja dann weiß ich es auch ja also was erwartet ich eigentlich in der irmgard anna bonde akademie das war gestern abend bei dem live schon ein thema hallo liebe julia hallo liebe ariana katrin schön dass auch ihr dabei seid und da möchte ich einfach mal noch mal drauf eingehen danke für die herzen danke 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 schön küsschen zurück an euch alle genau was erwartet dich eigentlich in der akademie also ich spreche da immer ganz liebevoll von meinen akademikerinnen ich selbst habe ja gar keinen hochschulabschluss also konnte auch keinen akademiker grad erwerben und wenn du einen akademiker grad haben möchtest dann komm zu mir in die akademie dann bist du akademikerin oder akademiker okay spaß beiseite also was machen wir eigentlich grundsätzlich es geht ja darum im groben den seelenplan zu entdecken den seelenberuf daraus zu kreieren sichtbar zu werden geld damit zu verdienen und zwar sicheres einkommen monat für monat zu generieren das thema sicherheit ist ja bei mir auch ein recht hoch irgendwie angesiedelt und ich weiß dass das bei dir auch der fall ist und ja langfristig sich dann natürlich auch in deinem eigenen tempo von einem jetzigen job zu verabschieden ich habe das ja auch alles nebenbei aufgebaut das mal so das grundsätzliche thema das heißt mit anderen worten ich wollte ich da ab du jetzt gerade stehst und für dich schritt für schritt in deinem tempo das stimmen wir immer individuell ab dorthin du eigentlich hin möchtest in dein ideales traumhaftes leben so wie es dir deinem herzen entspricht nach deinem eigenen wirklichen herzensstandard natürlich mit einer gesamten familie so wie du dir dein traumleben einfach kreieren möchtest wie ich das ja hier ja für unsere familie auch gemacht habe das ist der erste schritt also ich hole dich da ab wo du gerade stehst der zweite schritt ist dass du als basis mal beginnst anders zu denken als bisher denn schau mal wir erschaffen uns mit unseren gedanken unsere gedanken sind ja nicht nichts unsere lebenswirklichkeit im außen das heißt ja im umkehrschluss die jetzige lebenswirklichkeit die du gerade vor findest und die du nicht prickelnd findest in verschiedenen situationen oder vielleicht in einer großen situation die hast du dir ja selbst erschaffen klingt zunächst mal so ein bisschen hart ich weiß das als vor vielen jahren man mir das gesagt hatte als ich so in diesem schlamassel nenne ich es gerne bei mir drin gesteckt hatte da fand ich das auch nicht prickelnd und dachte wie das soll ich mir selbst erschaffen haben nie im leben aber letzten endes ist es so mit unseren gedanken erschaffen wir uns immer unsere lebenswirklichkeit im außen und die gute nachricht dabei ist wenn wir uns mit unseren gedanken unsere lebenswirklichkeit im außen erschaffen unsere realität und es jetzt dinge im leben gibt die nicht so sind die man gerne hätte also auch immer noch auf der suche ist nach seinem seelenplan nach seinem seelenberuf dann kann man einfach die gedanken ändern und kann sich damit schon mal eine andere lebenswirklichkeit im außen erschaffen ganz simpel und einfach ausgedrückt und deshalb lernst du bei mir in der akademie erst mal als basis anders zu denken du lernst als basis anders zu denken schreib mir mal gerne ins kommentarfeld ein ja wenn das sinn für dich macht wenn das stimmig für dich ist einfach mal als basis anzufangen anders zu denken damit du überhaupt andere resultate künftig eben erzählen kannst dass die basis dass der zweite schritt also erster schritt ich hole dich da ab wo du gerade stehst da schon mal ganz genau hin räume da mal so ein bisschen grund auf sage ich immer gerne das ist wie so ein raum kannst du dir vorstellen da sind noch gewisse dinge drin die wir für die zukunft nicht brauchen können und die räumen wir schon mal als als basis schon mal weg im ersten schritt und im zweiten schritt lernst du dann einfach mal anders zu denken im dritten schritt da wenn ich hier nach rechts gucke ich habe mir da ein paar notizen gemacht weil das so umfangreich in der akademie ist dass ich das jetzt einfach mal so in einzelnen schritten wirklich hier der weitergeben kann und mich nicht wieder verzettele mit erklärungen der dritte schritt ist gemeinsam du mit meiner anleitung definierst überhaupt mal dein ideales leben mit dir mit deiner familie mit einem traumpartner mit einem traummann mit deinen kindern was auch immer da für dich eben dazugehört denn das ist auch so ein wichtiger aspekt das ist letzten endes dein motor deine motivation überhaupt auch alle weiteren schritte die darauf folgen zu gehen und daran hängt es oftmals auch schon wir haben so viele schleier und heben in der kinderstube oftmals über uns gelegt bekommen dass wir uns noch nicht mal wirklich erlauben wieder groß zu träumen also das kitzeln wir alles aus dir heraus im übertragenen sinne und schauen mal wie genau dein euer ideales leben denn überhaupt ausschaut also mit der gesamten familie oder wenn du alleine bist mit seinem zukünftigen frauenpartner wie auch immer der nächste schritt im fünften schritt schauen wir im vierter schritt also ich hole dich da ab wo du bist du lernst anders zu denken jetzt merkst du dass ich keinen hochschulabschluss habe ich kann immer richtig zählen im dritten schritt definieren wir im detail dein ideales leben im vierten schritt schauen wir uns ganz genau deine lebensstory an im detail dem zeitpunkt an wo du aus dem bauch von deiner mama ausgecheckt bist bis jetzt kommst du ganz genaue anleitung und aus dieser lebensstory heraus finden wir ganz genau den roten faden finden ganz genau das eine ding das dich ausmacht was deinem seelenplan entspricht und alle anderen talente fähigkeiten ausbildung interessen kurse was du auch immer bislang noch schon gemacht hast das packen wir da alles mit rein so dass das zu einer runden sache wird schreib mir gern mal ein ja ins kommentarfeld wenn das für dich sinn macht wenn das stimmig für dich ist also nicht nur irgendwie gucken was mache ich denn und vielleicht wo liegen meine interessen und 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 nein wir schauen uns das ganz genau im detail an und kreieren daraus dann eben erkennen daraus vielmehr deinen seelenplan und daraus kreieren wir dann deinen seelenberuf mit all deinen talenten und fähigkeiten die wir da auch noch hervorholen kreieren wir eben deinen seelenberuf und dann sind wir auch schon beim sechsten schritt angelangt denn da geht es natürlich auch darum businessplan zu schreiben den ideal kunden zu erstellen da gibt es auch noch mal ganz viele anleitungen dazu und dann geht es natürlich auch darum dich am markt so zu positionieren dass du mit freude und mit leichtigkeit genau die menschen in dein leben ziehst die es kaum erwarten können mit genau dir zu arbeiten beziehungsweise sich genau von dir helfen zu lassen also das sind so im groben diese sechs schritte und was dich da natürlich während dieser ganzen gemeinsamen arbeit immer wieder begleitet ein ganz ganz großer part ist das thema mindset also hier im kopf da hängt eigentlich im grunde genommen hallo liebe magi da hängen 90 prozent des gesamten erfolg ist einfach dran und deshalb arbeiten wir da immer und immer wieder mit dem thema mindset und was wir natürlich auch auf ein ganz anderes level stellen ist das thema geld mindset weil wir da alle ganz ganz ja wenig nicht förder wenig förderliche prägungen haben auch ganz viele schleier über uns gelegt worden kennen das alles nur noch zu gut aus meinem früheren leben und deshalb ist das thema geld mindset auch so ein ganz ganz wichtiges thema dass du dir eben auch erlaubst so da zu stehen und geld zu empfangen und nicht so da stehst so wie ich früher auch da gestanden habe und dich der geldenergie verschließt okay und schon gar nicht anfängst wenn du deinen seelenberuf kreiert hast keine ahnung so wie ich früher mal für 50 euro oder für 90 euro die stunde da irgendwie zu arbeiten deshalb ist es einfach so wichtig dass wir uns das thema immer und immer wieder begleitend eben anschauen und da ganz ganz vieles auf ein anderes level bringen okay dann gibt es natürlich support über e mail und whatsapp da sind wir auch miteinander verbunden das ganze ist ein individuelles schritt für schritt programm dass wir auf dich abstimmen in deinem eigenen tempo die einzelnen schritte besprechen und vorgehen und dann gibt es natürlich monatlich live und es gibt natürlich auch immer wieder einzel sessions mit mir dann persönlich wenn es um dinge geht die wir zwei unter vier augen eben besprechen zwei offline veranstaltungen gibt es noch also wir haben jetzt bislang so über die online variante gesprochen dann gibt es auch noch zwei offline varianten und zwar ist das einmal ein zweieinhalbtägiges wochenendseminar hier in deutschland da beschäftigen wir uns ganz akribisch und intensiv mit dem thema geld mindset weil da kann man noch so so viel mehr in einer offline variante machen und das mindset hier polieren auf eine andere art und weise um es mal so auszudrücken ist einfach ein enorm wichtiges thema deshalb beinhaltet die akademie auch dieses wochenendseminar noch das startet freitags abends und geht bis sonntags nachmittags und on top als abschluss um wirklich noch einen größeren quantensprung anschließend zu machen findet dann noch ein zweiwöchiges seelenfreude-retreat auf bali statt warum auf bali diesen ort den ich auf bali da gefunden habe da herrscht einfach eine ganz besondere energie der ist auch selbst auf bali an einem besonders energetischen ort und da geschieht im grunde genommen schon fast heilung ohne dass man etwas macht wenn man einfach nur da ist aber du kannst dir vorstellen in der zwei wochen da auch nochmal intensiv miteinander arbeiten in einer kleinen gruppe und dass sich da auch noch on top alles für dich an wundersamen dingen verändert für dein grandioses großartiges leben einfach für deine zukunft und nicht nur deines sondern natürlich auch die von deiner familie schreibt mir gerne auch mal ein jahre ins kommentarfeld wenn das sinn für dich macht dieser ablauf von dem ich gerade gesprochen habe dass das alles so aufeinander eben auch aufbaut gut ja also ich vergleiche das auch immer gerne mit so einem navigationsprogramm oder navigationsgerät schau mal du bist vielleicht schon länger auf der suche deinen seelenplan zu entdecken du bist schon vielleicht länger auch unzufrieden mit deinem job und fragst dich da tagtäglich was mache ich hier eigentlich und ja je nachdem wo du arbeitest wie du arbeitest irgendwann ist es ja dann auch so dass die vorgesetzten noch jünger sind als man selbst und dann darf man die fragen wann man urlaub kriegt oder muss ich bei denen abmelden krank melden und 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 stößt da ja oftmals auf wenig verständnis das sind doch alles dinge so das macht ja keine freude dass das das sind doch du bist doch eine erwachsene eigenständige person eigentlich und dann von jemand anderem dir vorschreiben zu lassen wann du was zu machen hast also das sind alles so dinge die die mir auch nie so wirklich gefallen haben in meinem angestellten verhältnis auch wenn es der öffentliche dienst war und ja ich mir das auch viele jahre schön geredet habe ok und ich vergleiche das immer gerne beim navigationsgerät war ich beispiel ich bin jetzt im moment hier im saarland du hockst jetzt in hamburg zum beispiel und fährst los mit dem auto hier ins saarland das machst du dann als erstes wenn du dich ins auto hockst entweder nimmst du dein handy oder dein iphone und aktivierst google maps gibst die anschrift ein und fährst los oder gibst ein navigationsgerät im auto die straße ein und fährst dann los ich gehe mal von aus du wirst dich nicht ins auto hocken und einfach drauf losfahren und einfach mal gucken hab so eine gruppe idee wo es saarland ist und da einfach mal losfahren wirst du irgendwann vielleicht mal hier ankommen genau das machen wir nämlich in unserem leben wenn wir so ewig auf der suche sind eine gefühlte ewigkeit unseren seelenplan entdecken wollen und etwas verändern wollen in unserem leben da sitzen wir auf so einem boot und schippern auf dem see so stern für mich hin und her dahin da gucken wir da und da und da und da und da ist eigentlich das rettende ufer und da steht im prinzip auch schon deine seele und schreit hey komm hierher aber du siehst es nicht weil der faden fehlt um dahin zu kommen weil das navigationssystem fehlt um dahin zu kommen macht das sinn und genau das so gehen wir einfach schritt für schritt in der akademie ein schritt nach dem anderen in deinem tempo vom zeitrahmen im übrigen ich werde auch oft gefragt gibt es eine homepage wo ich was nachlesen kann nein gibt es nicht was soll ich auf der homepage hinterlegen weil wir beide ja auch individuell zusammenarbeiten und schritt für schritt in deinem tempo auch vorgehen und du all die schritte all das auf dem silbertablett serviert bekommst was du eben dazu brauchst machen kann ich natürlich nicht für dich umsetzen das ist dein part einfach dabei muss man auch ganz offen und ehrlich sein für dich machen kann ich nicht und deshalb gibt es da auch keine homepage wo du irgendwas nochmal nachlesen kannst im klassischen sinne wo irgendwas beschrieben ist und du kannst auch nicht einfach dich in der akademie anmelden sondern das läuft alles immer über ein persönliches gespräch dass wir genau schauen stimmt die chemie passt das ist potenzial da dass wir überhaupt erstmal deine situation anschauen ob du da überhaupt dazu passt ob das überhaupt sinn macht auch für dich in die akademie zu kommen ja und was auch oft gefragt wird wie schaut das aus muss ich da irgendwelche verträge unterschreiben auch das musst du bei mir nicht ich mache keine verträge mit dir aus dem einfachen grund wir zwei arbeiten miteinander von herz zu herz auf der herzensebene auf der seelenebene und was nutzt es da wenn wir einen vertrag abschließen und du irgendwelche paragrafen da liest und irgendwo die unterschrift drunter setzt wenn du zu mir in die akademie kommst kommittest du dich eh dazu deinen weg zu gehen die chemie zwischen uns stimmt und alle schritte gehen wir da gemeinsam wozu kann man dann verträge also das ist meine meine mein gedanke eben dazu deshalb brauchst du mir keine mit mir keine verträge abzumachen und selbst wenn aus irgendwelchen gründen warum auch immer das ist noch nie passiert zwischendrin du nimmer weitermachen wolltest dann nützt auch der vertrag nichts also du wirst mir eh fernlegen damit irgendwas zu streiten dass du irgendeinen vertrag unterschrieben hast oder was dann passt es halt einfach nimmer wie gesagt ist noch nie geschehen aber das sind alles so die dinge ich habe da keinen bezug zu solchen dingen mit verträgen und sowas zu unterschreiben weil ich einfach von herz zu herz mit dir arbeite und da ist das gegenseitige vertrauen und diese gegenseitige ebene das muss einfach passen und das passt und dann braucht man nicht einen vertrag genau so zeitrahmen werde ich oft gefragt realistisch wo ich dich jetzt abhole und dich in dein ideales leben dahin bringe wo du möchtest ein realistischer zeitrahmen sind sechs bis acht monate Beispiel wenn du jetzt alleinstehend bist und ansonsten dich um gar nichts anderes kümmerst sondern dich voll und ganz zu 100 Prozent um die Aufgaben und unsere Zusammenarbeit in der Akademie kümmerst dann sind durchaus auch vier bis sechs Monate realistisch aber ist ja meist nicht so du hast noch einen Job du hast Familie du hast die ein oder anderen Verpflichtungen und Dinge die einfach drum herum ja dann auch noch eine gewisse Wertigkeit für dich haben und es braucht auch einfach diese Entwicklung es geht nicht von heute auf morgen weil ich ja auch möchte dass du nicht nur irgendwelches Wissen hier von mir bekommst sondern es geht auch um die Umsetzung und es geht ja darum da haben wir eingangs drüber gesprochen dass du dir ein stabiles Einkommen ein sicheres Einkommen hier aufbaust und das braucht einfach Entwicklung das braucht ein Schritt nach dem anderen und das braucht ein stabiles Fundament und da arbeiten wir auch mit einer minimalsten Technik also solltest du denken ich kenne mich da mit Technik und solchen Dingen nicht aus ich im Übrigen auch nicht was ich mache habe ich mir alles so im Laufe der Jahre selbst angeeignet aber selbst die Technik mit der ich inzwischen arbeite was ich mir so angeeignet habe das brauchst du alles nicht also wir um es auf den Punkt zu bringen nochmal wir arbeiten mit dem geringsten Aufwand um das größtmögliche einfach zu erreichen dass du einfach die Investition die du getätigt hast in diesem Rahmen auch rasch zurück bekommst weil wie der Name es schon sagt du investierst in dich in deine Persönlichkeitsentwicklung du darfst natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen um in dich da zu investieren und dann geht es einfach darum dass du das schnellstmöglichst auch nochmal zurückholst und natürlich vermehrst das ist das Thema einer Investition ok so also über den Rahmen haben wir auch gesprochen 6 bis 8 Monate ist realistisch aber wir stimmen das ab wenn du dir gerne länger Zeit lassen möchtest ich sag mal 10 Monate oder ein Jahr dann stimmen wir das in dem Rahmen ab oder es kann ja auch mal irgendwie was auch immer gesundheitlich oder Familie mit Kindern irgendwas dazwischen kommen und wir müssten das Ziel von 6 oder 8 Monaten verlängern dann fliegst du bei mir aus der Akademie nicht raus weil es mir einfach darum geht dich da hinzubringen wo du hin möchtest und dann ja sind es eben 10 oder auch 12 Monate ich bekleide dich im Grunde genommen bis zu deinem ersten Kunden dass du dein Investment da nochmal raus holst und dann ins absolute Plus kommst ok das sind so die Rahmenbedingungen genau was habe ich mir hier noch notiert mal eben nochmal spicken was sind deine Voraussetzungen denn überhaupt um in die Akademie zu kommen das ist ein hundertprozentiges Commitment endlich etwas in deinem Leben zu verändern vielleicht hast du schon lange das Gefühl dass wertvolle Lebenszeit an dir vorbeirauscht vor allem wenn wir so die 50 oder 45 50 und aufwärts überschritten haben dann denken wir ja schon mal unter anderen Gesichtspunkten über unser Leben nach das was bislang war und das was einfach noch bevor steht Hallo liebe Andrea und vielleicht hast du auch schon vieles probiert ausprobiert kommst einfach nicht bei da was dir jetzt so bewusst wird die die letzten Jahre hast schon viele Kurse belegt und Ausbildungen gemacht und erst mal gedacht ja erst mal noch das und dann das und dann das und hast jetzt das Gefühl jetzt reicht es einfach mal mit Wissenansammlungen jetzt geht es einfach mal darum was umzusetzen und auch mal da ins Geld verdienen zu kommen ja oder du hast überhaupt das Gefühl so mit angezogener Handwärmse durch dein Leben zu zu gehen oder das Leben rauscht komplett an dir vorbei oder hast das Gefühl dass das Leben irgendwie auch ins Stocken geraten ist also das sind alles Hinweise für dich wenn du dich da mit dem einen oder anderen Entschuldigung identifizieren kannst dann ist das sicherlich ein Indiz dafür dass du in der Akademie da ganz gut aufgehoben bist oder was mich auch immer so bekleidet hatte als ich noch am Schreibtisch gehockt habe dass ich mich völlig energielos schlapp und müde gefühlt habe und auch mein Körper mir natürlich einige Symptome schon geschickt hatte an Disharmonien an Krankheitssymptomen dass ich auch nachts nicht mehr wirklich einen guten erholsamen Schlaf hatte und entsprechend wacht man morgens gerädert auf und was mit mein größter Motivator eben auch war wirklich etwas zu verändern war dass ich einfach gemerkt habe meine Kinder haben schon so viele Prägungen von mir aufgenommen die ich jetzt nicht laut kommuniziert habe aber ich habe einfach gesehen wie sie auch schon Prägungen des Mangels und so ja das war so alles über mich gestülpt wurde was auf energetischer Ebene was die Kinder ahmen einen ja nach das war mit mein größter Motivator zu sagen hey mir steht es jetzt hier es reicht ich möchte jetzt ein anderes Vorbild für meine Kinder sein und durch vormachen nachmachen ihnen einfach zeigen dass viel viel mehr möglich ist als das was sie bislang von mir mitgekriegt haben vielleicht ist das ja auch ein Thema bei dir genau das sind so deine Rahmenbedingungen was du mitbringen darfst für unsere Zusammenarbeit in der Akademie und nochmal zusammenfassen diese sechs Punkte also ich hole dich da ab wo du jetzt stehst im zweiten Schritt beginnst du anders zu denken damit überhaupt eine andere Lebenswirklichkeit entstehen kann wir finden ganz klar heraus wie dein Ideallebenden ausschaut im nächsten Schritt finden wir anhand deiner Lebensstory den roten Faden und packen alles drumrum was dich einfach ausmacht deine Gaben deine Stärken alles was da bislang so dazugehört hat wir kreieren deinen Seelenberuf packen da all deine Talenten und Fähigkeiten und all das was du dir bislang angeeignet hast da noch mit rein und dann geht es auch darum Businessplan zu erstellen den idealen Kunden zu finden sichtbar zu werden und das Thema Mindset Geld Mindset das sind alles Dinge die uns da parallel in der Akademie eben immer begleiten Live Gruppen Calls finden regelmäßig statt zu Beginn sind das 3 im Monat später sind es dann 5 im Monat wenn es nämlich darum geht auch außen sichtbar zu werden kommen noch weitere Live Calls dazu und wir zwei sind natürlich auch immer wieder in Einzelsessions zusammen wenn es um Dinge geht die ganz individuell eben auf dich abgestimmt werden genau das ist so der Rahmen meine Liebe mein Leber wenn sich das jetzt wirklich es gibt ein Bewerbungsformular ich arbeite natürlich Monat für Monat immer nur mit einer gewissen Anzahl von Personen weil ich eben ja auch jeden individuell betreue deshalb kann ich natürlich nicht unbegrenzt Monat für Monat da Teilnehmer aufnehmen es gibt ein Bewerbungsformular Deinen Link den schreibe ich dir jetzt gerne anschließend hier rein und fülle das bitte aus brauchst du 3 Minuten ungefähr fülle das bitte aus wenn du das Gefühl hast jetzt ist wirklich der Zeitpunkt ich bin es jetzt wirklich so leid ich pack es jetzt an ich höre auf jetzt weiter mit meinem Bötchen auf dem See rumzudümpeln und hier und da und dort Aspekte mir zu holen und Anleitungen und komm doch nicht weiter bin doch immer wieder zurück im Schneckenhaus hab das Gefühl ich geh zwei Schritte vor und wieder einen zurück es reicht jetzt einfach dann füll das bitte aus je detaillierter du das ausfüllst umso besser können wir dann auch eben ein Gespräch ein persönliches Gespräch nochmal miteinander führen und dann sehen wir uns gegebenenfalls eben dann auch in der Akademie wenn du noch weitere Fragen hast schreib sie mir gerne hier noch rein ins Kommentarfeld ich schau da immer mal wieder auch rein und beantwortest dir dann eben auch gerne beziehungsweise kannst du auch gerne auf dem Bewerbungsbogen da noch Notizen hinterlassen in diesem Sinne ich wünsche dir noch einen schönen Abend Link zum Bewerbungsformular findest du jetzt gleich hier und bis dahin ciao ciao